Herzlich Willkommen bei Claro und Lori Welles Welt. Heute sind sie zum ersten Mal draußen auf dem Balkon und staunen ganz schön. Sie staunen und schauen sich um den draußen sind. Schwarze Vögel, große schwarze Vögel und die machen denen ein bisschen Angst. Aber die fühlen sich schon sicher, denke ich, und beobachten sie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020